... Wenn mich jemand an der Straße trifft und mich frag wie mein Tag so ist haut ich ihm auf die Nase bis erweignend auf der Straße bist doch ich war das eigentlich nicht ich verspreche es dir das ist um 20 Uhr passiert da war ich längst wieder her Er will es mir in die Schuhe schieben, wie einen Schuhanzieher, aber ist so dumm und schlück vor die Polizei ein paar Dinger. Solche Straßen meinen, sie stellen sich dumm, doch bekomme ich mal eine Hartz-IV-Genehmigung. Du willst mich schlagen, aber kommst mit deiner Clou, selbst die rechte Scham, denn bei meiner Freundin ist männlicher als du. Junge, was machst du gerade, wenn ich dich mal schlage? Wirst du nichts mehr zu sagen haben, wie die Tomaten, Dick, 16 Bars, ich mach das auf meine Art. Wenn ich mal am Ziel bin, bist du noch am Start? Du kommst mit deinen Muskeln an, du bist schon ein Muskelmann, du stellst dich da die Frage, ob du dich damit auch boxen kannst. Du kommst mit deinen Muskeln an, du bist schon ein Muskelmann, du bist schon ein Muskelmann.